Eine gut gepflegte Zwei-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Duisburg-Untermeiderich. Die Wohnung wurde 1999 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Erdgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 46 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 260 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Die Kaltmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung. Die Kaltmiete. Die Kaltmiete. Die Kaltmiete. Vielen Dank.